Hey, ich treff... Achso, come on. Als hätte ich dich nicht getroffen. Ich steh neben dir. Wie viel soll ich noch treffen? Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go! 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 Konnichiwa meine lieben Ninners und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Move or Die zusammen mit MGMOSMIT. Guten Tag! Ja, hau mal auf Kacke gegen die Bots. Schau mal, ne? Ich guck mal, was ich hier mitnehme. Ah, heute sektiert er richtig. Hä, bei mir ist grad aber auch nicht Dings Schuss drin. Hab ich das auch nicht? Es könnte sein. Vielleicht hast du es auch wieder verkauft. Ich weiß es nicht. Der MGMs Lieblingsmodus ist ja dieser mit dem Schüssen. Und den hat er gar nicht. Also, er kann ihn nicht nehmen. Ah, komm. Ja, das gewinnst du. Ja, läuft doch. Eieieiei! Immer ein zweiter. Ja, ja. Gegen die Bots wohl auch keine Kunst, ne? Pssst! Ja, ja. Auf die ground. Aber wieso wusste ich, dass das hier nicht mehr safe ist, wo ich bin? Ich hab' erstmal einige Bots rausgeschwommen, ne? Ja, läuft bei dir. Jetzt hin und dann. Nein! Fuck! Ja, was soll ich sagen, ne? Ja! Du hast gewonnen. Ja! Wuhu! Ja! Wuhu! Fallene Blöcke. Jetzt hauen wir auf Kacke. Ja, ist schon unten, ne? Ja, ich bin auch eine Ebene tiefer gestartet als du. Ja, komm! Jetzt hauen wir auf Kacke. Ja, komm zum... Geh doch weg von mir! Nein! Was soll die Kacke? Nein! Doch! Einfach nur nein! Du würdest es ja auch machen, dass du zu mir kommst. Doch! Ich kenn dich fiese Wurst! Ach, come on! Nein! Jetzt kam ich zu dir! Mann! Fick mich der Bot hier weg! Muss mich ja abfucken, ne? Nein! Ja, ich wollte zu dir! Hahaha! Nice! Verdien! In der letzten Sekunde! Was heißt hier verdienen? Einfach verdienen! Mann! Boah! Da wird er mich noch festhalten! Gibt sich! Ja, ja, natürlich! Ein bisschen muss man ja auch machen! Hör auf Kacke hauen! Nein! Ich springe umgeben! Du Lacka! Was heißt hier Lacka? Du bist einfach unglücklich! Ghost ready! Go! Ops! Das wollte ich gar nicht! Hey! Ich treff! Achso, come on! Als hätte ich dich nicht getroffen! Ich steh neben dir! Wie viel soll ich noch treffen? Ja, keine Ahnung! Grüner hat beide getroffen! Vor allem die Blöcke! Dein Ding, ne? Nee! Nee! Wieso denn nicht? Wenn das dein Ding ist! Nö! Na, come on! Ja, wenn du gegen mich grenzt, bist du selber schuld! Nein! Hahaha! Hast du nur zu viel auf mich geachtet! Da gewinnt Pink! Farbrausch! Dein Ding, ne? Er remt mir wieder nur nach! 5, 4, 3, 2, 1... Na, ist so klar gewesen! Zumindest bin ich Zweiter! Schnelllauf! Dein Ding, ne? Nee, nicht wirklich! Go! Oh, come on! Ja, gib Gas hier! Nein! Verkack dich hier mal wieder! Ei, ei, ei! Verkack doch, Junge! Du hast zu viel Gas gegeben! Das war halt ein Pfähne! Nicht unbedingt! Wie soll ich das von hier schaffen? Nein! Ah, fuck! Fall ich runter! Nice! Hu! Du bist ja locker hier! Haha, locker! Gibt's ja nicht! Ja, bei dir wär immer alle Skill, ne? Ja? Ich bin durch dich durch geflogen! Wie geht das bitte? Mal müsste ich die berührt haben! Blödsinn! Kannst du mich ruhig aufwacken! Boah, der Grüne ist so behindert! Meinst du? No more life regeneration! Oh, man! Hau ihn doch raus, Grün! Ohne Witz! Ob's denn auch zum scheißen, zum blöden! Der liegt vor dir, glaub ich sogar, oder? Ich bin da noch reingesprungen, genau! Wasser! Cool! Warum mach ich das? Farbrausch! Ja, komm! Ich werd geblockt und alles! Ja, dein Leben ist schon kacke! Du bist kacke! Geht so, ne? Geht so, ne? Wir werden nur hin und her laufen! Ach, komm, Mann! Wink gewinnt! Oh, und er wird nicht mal 2 da! Ja, und? Brauch ich nicht! Brauch ich nicht! Ah, Bilal ist beigetreten! Ein Bieler? Bilal! Der gleich mal stirbt! Läuft bei dem! Fuck! Oh, da komm ich noch aufs Welle und lauf zu weit! Wird mich abfucken! Nice! Läuft bei mir! Dein Ding! Schau'n wir mal, ne? Ach, man muss ja... Ich wollte jetzt noch unten für Dings! Ja! Verfallene Blöcke, oder wie? Ja, er schiebt mich runter! Du hast mich runtergeschoben! Kein bisschen! Doch! Nein! Du hast mich runtergeschoben! Ja, dich kriegt er noch! Aha! Mann! Oh, der nimmt die... Oh, come on! Ja, wo willst du hin? Kriegst du's noch hin? Ach komm, ist der behindert! Ach komm! Oh, ist gar nicht mehr Bilal! Bilal ist wieder raus! Okay! Oh, der schleudert mich zorn. Er hat so saumäßig viel Glück! Da wieder! Das kannst du ja selber... Oh, come on! Das glaubst du ja selber nicht mehr, dass das Skill ist bei dir! Klar ist das Skill! Was ist das? Definitiv nicht, du großmaul! Was soll es sonst sein? Das ist kein Skill! Das ist 100% Glück bei dir! Quatsch! In dem Fall schon! Nö, nö! Nö, nö! Bei dir ist ja nur pures Gold, was du machst, ne? Ja! Selbst der Dunsch ist, den du ja morgen produzierst! Der ist ja echt Gold, ne? Ich erinnere dem, was ich gegessen habe, dann läuft das! Er fällt direkt runter! Ja! Wenn ich konzentrieren kann! Natürlich läuft's, wenn's Dunsch ist! Aha! Die Map ist kacke! Nö! Nice Pink! Komm, hüpft du! Nö! Vergiss den Fall! Er blockt mich! Come on, dein Ernst! Bam! Lacker! Nix lacker! Das war gut! Da kommt wieder die Kack mit! Nein! So geh ich nach links! Ich bin hinter dir angeblich! Ja, ist klar! Mann, jetzt dürfen wir die Bots wieder zugucken, wie sie hier durchlaufen! Na, der muss warten! Der muss warten! Der muss warten! Ja, Lila wartet eh auf Grün! Der Bot von Lila hat echt keinen Gang zu gewinnen! Lila hat aber das Ding gewonnen, ja! Und die Bots überholen nicht! Ne, ne! Der Grüne hatte ich schon, glaube ich! Hier werde ich jetzt eh wieder verarscht! Oh, come on! Sag ich doch! Ich werde verarscht! Sag ich doch! Ich bin jetzt gefangen, oder was? Ja, ja! Er hüpft auch! Endlich! Siehst du, der Grüne Bot hat dich schon eingehört! Ja, der Grüne! Der kann ja nix! Ja, scheinbar ja mehr als du! Ja, weil du mich immer raushaufst! Ja, klar! Ich hab doch noch voll viele weggenommen! Ja, und ich hab dir voll viele weggenommen! So, dein Ding! Oh, das... Der war doch in dir! Nein! Ja, er muss einfach nur oben stehen bleiben! Ciao! Ja! Ich werd bekloppt! Selbst der pinke Bot holt dich gleich ein! Na, stehst du gut auf mir? Ja, du so! Ja, kick mich runter! Schön auf ihn gehüpfte! Eieiei! Okay! Wieder ne neue Map! Nice! Nein, ich lauf mit rein! Ich idiot! Ja! Eieiei! Ach, jetzt starte ich da unten! Ja, come on! Ist klar! Wo? Hopp! Remy! Ja, aber 5 Punkte für beide! So, mach ich mal wieder den Monitor an! Ja, mach doch mal! Ja, mach doch mal! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh! Oh, fuck! Aber zumindest ist es ein Punkt mehr wie du! Bots haben da jetzt echt lange durchgehalten! Und der grüne Bot bleibt dann nicht dran! Ja, pff! So weit bin ich von dir auch nicht weg! Ach, meilenweit! Hättest du wohl gern! Verpiss dich! Ja, komm! Ich halte beide Bots fest! Tja, die haben einen Auftrag! Ja, ich glaub's auch! Du bestichst sie immer! Ich spring genau rein, aber krieg's Ding nicht! Ach so, ist klar! Er nimmt das Ding nicht noch ab! Ich fall da runter! Es gibt's nicht! Er springt genau rein! Gepär das Ding, ich will auch mal explodieren! Ja! Das sieht spaßig aus! Da hat der grüne Bot sich wieder rein! Na, wenn's so weitergeht, hat dich bald der grüne Bot sich! Ach, Bursche! Dann will ich runterfallen, ne? Ich mag das Ding hier schon! Ja, und grün fällt runter! Ja, geh runter von mir, Lieder! Nein! Wie gesagt, nicht runterfallen! Jetzt mal! Nicht runterfallen! Putztrupp! Dein Ding! Du hast heute alle Putztrupp gewonnen, Liska! Ja, aber die gewinne ich nicht! Safe call! Ja, hab ich gewonnen, nice! Die Map gewinne ich nie! Einfach den Zerstörer-Modus kurz angeschaltet und dann... Ja, trotzdem zwei da, ne? So, Farbrausch! Dein Ding, ne? Jetzt können wir noch ein bisschen treiben, das Spiel! Come on! Dich, ne? Yes! Ach, 1-A! Komm, was? Da bist nicht mal zweiter! So, da komme ich ran! Dein Ding, ne? Nee, nicht wirklich. Hohe Konzentration wieder bei beiden. Nein! Nein! Oh, yes! Uh! Nein, nein, nein. Ready, go! Ja, natürlich, ich krieg instant die Bombe. Ich komm nicht hoch und krieg nur deswegen die Bombe nicht. Ja! Ach komm! Auf einmal leckt's wie die Seuchen! Natürlich, jetzt kommen die Ausreden hier. Ohne Scheiß, ich nehm dir das nächste Mal mit auf. Dass da D-Sync-Feder ohne Ende drin sind. Hauke sind sich überhingüpftet. Ja. Übelste D-Sync-Fehler. Vertigo. Ready, go! Nein! Ja, er ist vor mir gestorben. War ne kurze Runde. Ne, lauf, dein Ding. Jetzt mal eben gewinnen hier. Ich wollte nicht runter, aber nehm ich auch. Nein, ich rutsche drüber. Das gibt's nicht. Tschoi! So, eins noch gewinnen. Ach, vergiss ich den Fall. Yes! Nein, ich komm nicht hoch! Jawoll, gewonnen! GG! Na komm, er blockt mich auch noch! Oh Mann! Du Lacker wieder mal! Ohne Scheiß, du hattest so viele Lackmomente heute! Ah, kein einziger! Du kannst es selber nicht bezweifeln, äh, anzweifeln. Eieieiei. Und, Level? Und, Master. Ich glaube, ich habe eins. Ich habe eins. Level 41. Gibt's ne Kiste? Äh, ne Kiste, meine Freunde. Und, was haben wir drin? Oh! Ich hab Vertigo. Was ist das? Üblich Charakter Pizu freigeschaltet. Ich hab Vertigo freigeschaltet. Läuft bei dir? Ja, ja, ja. Und, äh, Hardcore-Mutation freigeschaltet. Läuft bei dir. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut da bei uns in anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao! Ciao!